moin und herzlich willkommen zu einem neuen teil des crypto talk mit alex liebe community es ist mal wieder soweit der bullmarkt ist gestartet und dementsprechend wird es höchste zeit mal wieder einige experten an bord zu holen heute freue ich mich sehr auf metamatic herzlich willkommen mein lieber viele von euch kennen sicherlich spätestens nach dem reaction video das wir vor ein paar wochen gemacht haben wo er wirklich extrem guten content abgebildet hat viele von euch gucken seitdem einige seiner videos und sind da total im bilde für alle die es nicht sind wird er gleich mal erzählen wer ist was er macht und ich bin tierisch gespannt ich habe wieder einige fragen vorbereitet auch eine zuschauerfrage von euch also alles mit dabei und jetzt genug der warmen worte ich würde vorschlagen du sagst mal wer du bist und übrigens für alle die lust haben hier unten in der video beschreibung findet ihr natürlich alle informationen zu metamatic sowohl seine ganzen socials als auch sein youtube-kanal und wenn euch das interview heute gefällt dann lasst doch gerne ein abo da ja entschuldige bitte mein lieber ja erzähl mal ein bisschen was alles gut ja also ich bin 37 jahre alt verheiratet habe bin jetzt vater seit anfang des jahres und danke vielen dank und beruf was habe ich beruflich gemacht ich war vorher speditionskaufmann und habe dann auch viele jahre in der automobilbranche gearbeitet als logistiker und bin dann irgendwann mal in die glückliche lage gekommen vollzeit youtuber zu werden weil ich massiv gewinne realisiert habe im letzten bull run und ja seitdem bin ich vollzeit youtuber also ihr merkt seid ihr genau an der richtigen adresse freunde haben ja das problem bullmarkt schön und gut steigende kurse geil 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 aber wie realisiert man richtig wann findet man den exit und auch wenn man es auf den ersten blick nicht glauben mag finde ich das fast noch schwieriger als gute einstiege zu finden denn man hat irgendwie immer die sorge steige ich zu früh aus ist es jetzt das richtige man tut sich verdammt schwer deshalb schön dass du dabei bist ja eine frage generell zum krypto thema das hast du ja schon durchsickern lassen dass du damit sehr erfolgreich warst in der vergangenheit wie kamst du generell auf das ganze thema wie bist du da so reingeschlittert also das erste mal wo ich von bitcoin gehört habe war tatsächlich ich glaube 2010 muss es gewesen sein also relativ am anfang da hat mir so ein programmierer freund davon erzählt und als er dann angefangen hat mir mit die ganzen technischen details zu erklären habe ich dann irgendwann mal auch abgeschaltet dann war es mir doch zu kompliziert obwohl ich es erst mal relativ interessant fand und dann kam das wieder ich glaube nach dem ersten bull run dann wieder langsam wieder auf dem radar und und nach ich glaube 2018 nach dem zweiten bull run dann habe ich mich dann immer mehr mit dem thema beschäftigt und kam dann auch irgendwann mal das thema xrp ripple und war dann so beeindruckt dass ich dann ja meine erste investition in xrp getätigt habe sehr gut 2018 war das ich glaube es war nachdem also da war xrp so ungefähr bei 20 cent oder sowas also cool genau genau ja okay also bist du auch schon sehr langer hodler hast schon viel mitmachen müssen in letzter zeit ja ja und ich glaube wir alle sind jetzt ziemlich gebrannt man gerade was den letzten bull run betrifft wo xrp nicht ganz so geil ausschaut wie viele andere altcoins aber freunde aufgeschoben ist nicht aufgehoben ja ich denke mal da wird noch einiges kommen heute zum zeitpunkt der aufnahme fairerweise sage ich euch wir sind heute auf dem donnerstag das heißt heute ist der zweite tag das ripple swell events wir noch sehr sehr gespannt was da noch so passiert sonntag werde ich euch spätestens dann natürlich die ganzen news geben der woche aber jetzt viel wichtiger du hast es gerade schon angesprochen bull runs ja du warst irgendwann hat ein bull run wahrscheinlich einer der auslöser warum du bist ja motivierter warst dich mit der thematik zu beschäftigen ich merke gerade auch jetzt wieder dass viele leute in den markt reinrücken vielleicht auch einige neulinge vielleicht die frage mal an einen experten ist der bull an gestartet ja das ist ja jetzt doch die so die frage oder eine kleine rallye und wenn sie gestartet sein sollte wie wird sie diesmal ablaufen erst bitcoin dann altcoins oder wird jetzt erstmal die altcoin rallye starten oder ja wie siehst du das ganze also ich denke technisch gesehen sollten wir schon im bull run sein also wenn wir jetzt davon ausgehen dass die 15.000 des bottom war nun endlich sind wir technisch gesehen im bull run und ich kann mir auch nicht mehr vorstellen dass wir dass wir noch mal tiefer fallen als 15.000 bitcoin hatte ja die letzten wochen eine gute rallye eine gute performance hingelegt daher selbst wenn es jetzt noch mal krachen sollte glaube ich nicht dass wir da tiefer als 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 20.000 fallen sollten daher sehr gute neuigkeiten ja heute gerade auch knapp 37.000 oder kurz vor der 37.000 markt wer weiß wie es in einigen tagen ausschaut freunde aber heute sieht es richtig richtig rosig aus richtig spaß wie siehst du die rolle der altcoins wird zu laufen wie immer erst bitcoin dann vielleicht ethereum und dann altcoins oder wird diesmal irgendwie parallel laufen wie glaubst du wird es abgehen also ich denke das wird so sein wie die letzten jahre dass das bitcoin noch den ton angibt und und dann später dass die da die altcoins dann nachziehen werden aber ich kann mir auch vorstellen dass es dann anschließend so was wie ein utility bull run geben wird wo dann wirklich die altcoins mit mit einer starken anwendung besser performen werden als die anderen und das ist da vielleicht so was wie so einen kleinen säuberungsprozess auf dem crypto markt geben wird wo die wo die projekte mit den schwächeren fundamentals dann quasi abgestoßen werden vom crypto markt ja also ich muss ganz generell sagen also wir haben schon sehr sehr ähnliche wellenlänge wenn man das mal so sagen darf also wir haben das ja auch eben kurz ein bisschen geplaudert freund ich muss sagen sehr sehr sympathische kerl und vor allem uns beide macht aus dass wir beide sehr tief graben immer bei allem und alle projekte die ich so bei dir verfolge auf deinem kanal sind meistens wirklich projekte mit vernünftigen utility anwendungen zwar erst in der zukunft beispielsweise xrp wir alle wissen was für ein potenzial drin steckt bisher wird es einfach noch nicht entfacht das ist nach wie vor alles spekulation neben coins perform besser als viele solide altcoins so ist es nun mal aber auch es wird dieses mal höchstwahrscheinlich so sehe ich es eher noch mal spekulativer bull run also mit viel viel hype mit viel viel geld das wieder reinkommt viele neulinge die glauben multimillionäre zu werden mit einem zehn euro investment aber die sind wichtig doch denke ich dass dieser bull run vielleicht zum ende hin genau das bringt was du sagst nämlich anwendung und dann werden vor allem die projekte richtig richtig gas geben die geile lösung haben geile partner haben und ich bin 100 prozent bei dir ist sicherlich eine natürliche selektion wenn wir es einfach mal geben richtig ganzen copycats die es da so gibt die ganzen ethereum möchte gern killer brad garlinghoff hat ja damals auch gesagt es werden 99 prozent vom markt verschwinden und so unrealistisch halte ich seine aussage gar nicht wenn wir mal sehen wie viel müll mittlerweile doch im space abschwirrt halt so die gold typische goldgräber stimmung und da kommen halt auch viele scammer in den markt und mit der mit der zeit wird der markt einfach immer reifer werden das haben wir ja schon mal gesehen bei der bei der dotcom era da war das doch genauso und und wieso sollte es diesmal anders ablaufen absolut also bin ich hundertprozent bei dir ist wiederholen sich immer alle wieder alle zyklen gerade bei neuen technologien bei so einer kleinen revolution ist es halt am anfang alles viel mit 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 irgendwelchen spekulationen verbunden aber stück für stück kommt immer mehr lösungen und irgendwann werden sich die einzelnen unternehmen schon entfalten hast du denn so rein ja cointechnisch oder tokentechnisch irgendein geheimfavoriten ja den habe ich absolut also auf den bin ich auch vor einigen wochen erst drauf gekommen da hat mich der crypto fan drauf gebracht okay und zwar ist es bitensor der tau coin von bern oder ist gut gelaufen die letzten tage oder erst richtig gut gelaufen ja genau 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 ist es nicht so ein kai ding das ist ja genau das ist ein kai projekt und zwar also ich bezeichne ihn immer als als den bitcoin standard im kai sektor weil er im prinzip das gleiche machen will was bitcoin für mit mit fiat währung machen will will bitensor mit kai sektor machen also quasi demokratisieren und dezentral machen und ich glaube es gibt auch ein sehr geringes supply oder war das nicht so das ist auch an an bitcoin angelehnt 21 millionen token das ist natürlich auch die tokenomics ist natürlich auch sensationell ja viele zuschauer mir oder im laufe vieler livestreams haben mir viele zuschauer mal viele projekte zugesteckt aber unter anderem war immer mal wieder tau eines der projekte dementsprechend habe ich mich damit schon beschäftigt aber schande auf mein haupt ich habe leider nichts daraus gemacht leider nicht investiert aber wer weiß vielleicht musste mal so ein anstieg kommen wie jetzt dass man mal wieder alles auf den plan holt nicht vielleicht noch mal nach aber geil freue ich mich also habt ihr gehört ich blende es hier noch mal an oder habe es eben und jetzt noch mal eingeblendet tau interessantes projekt hat mit kai zu tun könnte der standard werden von daher sehr interessant auf jeden fall übrigens falls ihr euch für mehr coins interessiert die mit thematik zu verfolgen ich habe gestern so viel darf ich verraten mal dein aktuelles video gesehen mit dem crypto portfolio genau genau also ein mass zieh wenn ihr mich fragt der ich werde natürlich nicht spoilern aber ein weiterer grund um auf den kanal zu klicken euch das anzuschauen sehr interessante projekte eine sehr sehr geile verteilung und ich finde eine der wenigen guten gewichtungen die ich seit langem gesehen habe also nicht zu viel müll ja einfach schön ordentlich aufgestellt also gibt es euch auf jeden fall auch den link zu diesem video direkt packe ich mich unter dann könnt ihr euch das direkt mal rein ziehen bist du denn neben dem kryptomarkt noch in anderen märkten aktiv also irgendwie vielleicht mal so im aktienbereich oder im edelmetall bereich oder im oldtimer bereich keine ahnung also so reich bin ich noch nicht dass das ich dass ich im oldtimer bereich aktiv bin aber ich bin ein sehr großer fan von edelmetallen also gold und silber haben sich einfach als wert aufbewahrungsmittel über die jahrhunderte und jahrtausende durchgesetzt und etabliert daher ja investiere ich in physisches gold und silber und ich habe ein paar berg gold aktien cool das ist glaube ich eine oder nicht sogar die größte größte genau 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 also den unbedingt mal anschauen auch die werde ich mal einblenden freunde ja also beschäftigt euch damit ihr seht ihr wieder ein punkt mehr auf unserer gemeinsamen wählen länger edelmetalle das passt doch cool okay du bist auch in edelmetallen investiert sehr also ich habe manche leute schon damit dass ich so ja liebe themen überhaupt anspreche weil wir doch im crypto space hunderte prozente sehen aber wie du schon sagst es ist eher was altbewährtes es ist wirklich genau das gegenteil von spekulation ist es total konservativ aber es hat bis halt immer er bisher hat immer die kaufkraft geschützt und das ist ja gerade in den letzten monaten oder jahren mittlerweile so das thema was passiert eigentlich mit dem geld das wir aktuell haben mit der kaufkraft ihr merkt es selber mieten steigen die einkäufe im supermarkt werden fast doppelt so teuer wie noch vor einiger zeit und das ist einfach der kaufkraft verlust und wie kann man sich davor schützen entweder ordentlich viel mehr geld dazu verdienen was aber leider einfacher gesagt als getan oder das geld das man hat irgendwie in seiner kaufkraft zu schützen da glaube ich ist das nach wie vor die beste adresse ja und das ist der grund warum ich großer fan davon bin absolut aber es ist halt nicht so man jetzt sagt boah wird gold bitcoin schlagen also das geht jetzt wirklich nicht darum dass man unglaublich viel zuwachs hat sondern es geht eher darum dass man die chance hat auf zuwachs aber eben gleichzeitig eine art versicherung für seine kaufkraft ja genau mehr ist es nicht richtig du bist aber neben dem thema natürlich auch absoluter xrp experte ja also wirklich du hast ja wirklich unzählige videos und nicht so 0815 sondern wirklich schon tiefgründiger eines davon habe ich auch darauf reaktet zum thema kodios war das kodios genau genau kodios war das sehr 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 gutes video da würde ich mal gerne von dir wissen welche themen beschäftigen dich aktuell und was gefällt dir so an dem xrp ledger an dem projekt und wie kommt es dass du dein hauptaugenmerk auf dieses projekt gelegt hast also vor allem hat mir bei ripple gefallen dass die nicht auftreten wie so ein kleines start-up unternehmen sondern wirklich also man hat das gefühl das ist ein eingesessenes s&p 500 unternehmen stimmt und ich finde da stechen die im crypto space sehr heraus und der laser artige fokus auf tokenisierung und auf cross border payments und das hat mir sehr zugesagt dass die sich da wirklich fokussieren auf diese zwei bereiche was auch billionen märkte sind ja was noch ja die ganzen fundamentals man braucht sich nur den board of directors von von ripple anzuschauen und merkt dann schnell okay die wollen da wirklich fuß fassen in dem bereich und klar die ganzen partnerschaften mit zentralbanken also da ist ripple wirklich beispiellos im crypto space da da gibt es im prinzip kein anderes blockchain unternehmen was was in der liga mitspielen kann deswegen ist auch xrp meine größte position ja es ist so typischer fall von war doch klar wenn später irgendwann mal die luci abgeht aber alles die jetzt noch ein bisschen heyden teilweise auch zu recht natürlich wenn der kurs sich seit jahren nicht macht aber youtuber ständig erzählen es geht ab versteht man schon dass irgendwann natürlich auch da berechtigung drin ist aber das ist ein typisches ding man sieht denn später irgendwann mal wenn xrp zum mond geflogen ist sieht man wieder die bilder von lagart mit brad garlinghaus wie er sich mit zentralbänkern trifft ja wie die mit mit riesengroßen leuten zu tun haben die in der finanzelite ordentlich was zu melden haben und wird sich sagen naja war ja eigentlich ganz klar dass das so kommen muss und ich denke genau so wird es auch werden es gab auch jetzt gerade vor ein paar tagen ein interessantes foto da sieht man so sam bankman freed in seinem ftx t-shirt ja genau habe ich auch gesehen einhorn t-shirt also brad garlinghaus mit anzug krawatte geschickt gestriegelt die wissen einfach wie man sich präsentiert und deswegen sitzen die auch mit zentralbänkern an einem tisch also ich glaube nicht dass irgendein lagart sich mit mit einem typen an tisch setzen würde der ein einhorn einhorn t-shirt trägt also das ist definitiv ich liebe auch dein hate manchmal gegen butarine gefällt mir richtig gut ja das ist nur spa also das ist das sollte man auch nicht das ist ja noch niveau voll ja ich feiere das auf jeden fall ich muss auch sagen gerade jetzt auch momentan gibt es ja wieder diese ganzen gerüchte um ethereum ob sie eventuell doch skandalöse machenschaften im hintergrund getrieben haben ich bin mal gespannt wenn das irgendwann öffentlich wird ja ja das vielleicht stimmen sollte bin ich mal gespannt auf die interviews die den butarin gibt bin ich mal sehr sehr gespannt drauf ja da wird es definitiv wird da wird da noch was kommen ja cool wir sind schon voll weit also geht ja ich habe noch eine frage wie stehst du zu dem thema dass all die großen das ist eine gute frage die frage wird euch auch interessieren freunde wie stehst du zu dem thema dass all die großen geldhäuser und investoren für den eintritt ins bitcoin crypto game gefeiert werden und jeder sehnsüchtig auf den bitcoin etf von blackrock oder fidelity und probatet ist das berechtigt oder siehst du das eher als so eine art trojanisches pferd der geld elite aber ursprünglich die idee von bitcoin ganz andere richtung ja wie siehst du das ganze ja aus einem idealistischen standpunkt ausgesehen ist es natürlich so als würde man den teufel zu sich nach hause einladen weil ich mein bitcoin wurde ja quasi als antitode zu dem korrupten geldsystem geschaffen ja daher stehe ich dem auch so ein bisschen mit gemischten gefühlen entgegen aber es wird natürlich viel mehr bekanntheit für für bitcoin schaffen und 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 investitionen weitere investitionsluken öffnen und und bitcoin ja als als store of value etablieren daher ja es wird auf jeden fall positive bitcoin sein aber ja es ist schon komisch wenn man wenn man so darüber nachdenkt dass jetzt plötzlich alle darauf hoffen dass blackrock und die ganzen investment banken damit reinsteigen witzig also wegen ihnen wurde bitcoin überhaupt erst geschaffen genau genau quasi der bösewicht in jedem actionfilm ja und am ende freuen sich noch alle dass die da reinkommen und sozusagen einen großen teil von bitcoin mit kontrollieren können ja ist so ein bisschen widersprüchig so wenn man wenn man die ganzen an die ganzen bitcoin idealisten denkt ja die sich so ein bisschen auf ein moralisches podest stellen ja und dann darauf hoffen dass die ganzen ja korrupten investment banken damit reinsteigen aber absolut ja letzten endes wird es auf jeden fall positiv sein für bitcoin und für die preisentwicklung ja was mir ein bisschen bauchschmerzen bereitet die werden natürlich nicht das netzwerk dadurch kontrollieren können aber die werden definitiv eine gewisse kontrolle über die preisentwicklung haben so das ist was mir so ein bisschen genau und und das ja man hat natürlich so ein bisschen die sorge dass das das bitcoin dann so 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 ein casino artiges asset wird das hin und her gepeitscht wird also ich glaube definitiv das was du sagst wird absolut zu zutreffen auf der einen seite natürlich ich meine die meisten von uns sind in diesem game um geld zu verdienen ja also und nicht nur aus ideellen gründen sicherlich gibt es auch diese kategorie aber ich würde sie als eine minderheit bezeichnen von daher wird der großteil natürlich sehr zufrieden sein und dementsprechend fiebern ja auch alle da entgegen nur ich finde es wie du schon sagst ein bisschen trügerisch manche bitcoin investoren die ja genauso wie wir geil auf mehr kurse also schneider kurse sind drehen das ding immer so ein bisschen so als ihr ideelles ding und dezentralität und höchste sicherheitsstufe und alles andere sind shit coins und da muss ich schon ganz klar sagen ich kann ich kann das auch nachvollziehen also also diesen ideellen stand standpunkt aber irgendwo ja es ist kompliziert absolut ja aber ja ich denke auch es wird auf jeden fall mittelfristig dem crypto space guttun es gibt dem ganzen ja auch gewisse vertrauensschippe obendrauf noch mal dass also in vertrauen in diese ganze branche reingebracht wird durch solche großen player das ist natürlich dann auch irgendwie was gutes für uns weil dadurch das ganze sattelfester wird und diese angst vor alles geht auf zero wird immer geringer ja also wir haben dann so eine kritische masse von daher ich denke schon dass es auf jeden fall was gutes aber insgesamt doch ja eigentlich wie du schon sagst den teufel zu sich nach hause geholt das fand ich ganz gut diese metapher ja mein lieber ja wir sind ja bei allen sachen einig ja ist ja keine richtige diskussion hier ein thema da werden wir bestimmt noch was zu diskutieren haben ich meine dieser guckt euch sein sein portfolio an aber nehmen wir mal an kryptomarkt läuft gut ich mache jetzt mal kurz 10.000 tether locker und schick sie dir rüber ja du hast jetzt mehrere optionen du kannst sie in euros umwandeln und zum goldhändler laufen du kannst damit zum oldtime händler laufen und den ersten oldtimer anzahlen freie hand okay genau oder du kannst damit in crypto projekte investieren musst aber damit was machen du darfst es nicht auf die hohe kante legen und du hast auch jetzt zwar die möglichkeit aufzuteilen aber den auftrag musst du quasi heute erteilen ja also wie würdest du die 10.000 tether oder 10.000 euro oder dollar wie würdest du die einsetzen also wenn es jetzt geld ist das mir einfach so zugeflogen gekommen ist ja würde ich das auch ein bisschen riskanter investieren gerade weil ich jetzt so gehypt bin wegen dem bitensor projekt würde ich dann wahrscheinlich echt 50 prozent in bitensor investieren also in den tau coin und aber da würde ich noch mal vielleicht ein pullback abwarten und ob aber ich muss es müsste es heute investieren hast du gesagt du musst zumindest heute einen plan schmieden der ok dabei ist also sagen ich will denn jeden monat 1000 dollar investieren aber du musst heute quasi mir den auftrag erteilen ja 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 okay okay ja dann würde ich das so machen okay und dann habe ich noch 50 prozent übrig wahrscheinlich in den render token davon habe ich zu wenige im portfolio daher würde ich mich wahrscheinlich für für render entscheiden ist auch ein sehr sehr tolles projekt da geht es um 3d grafik rendering und es wird auf jeden fall auch sehr viel bedeutung oder sehr viel mehr nachfrage wird es irgendwann mal geben nach 3d rendering grad wenn die ganze meter verse und crypto gaming geschichte wenn daraus was werden soll da wird auf jeden fall sehr viel nachfrage kommen also merkt auf jeden fall du hast doch sehr nachhaltige gedanken bei allem also du investierst jetzt in tau mit der absicht dass es eventuell der standard werden könnte also wirklich bedeutsam render merkt man auch du machst dir halt gedanken was in der zukunft passiert dass es eben eine gewisse nachfrage dafür gibt und ich glaube das sind genau die richtigen gedankengänge auch an euch freunde wenn ihr neue projekte investiert schaut nicht einfach nur auf einen chart oder nur auf den aktuellen preis beschäftigt euch wirklich mal so ein bisschen tiefgründiger damit was machen die und gibt es da vielleicht schon alternative lösungen die viel besser sind oder schaffen sie vielleicht was ganz neues spezifisches was vielleicht nur noch nicht seine zeit gefunden hat und ich denke auch das wird ja für viele dann irgendwie mittel oder langfristig ziemlich erfolgreich laufen bin auf jeden fall sehr sehr gespannt wie dieser bullenmarkt so abläuft ich bin auch der meinung es ist schon losgegangen es wird kein backtest mehr geben zu der 15 16 tausende marke und es wird richtig fahrt aufnehmen das einzige was noch nicht so richtig fahrt aufgenommen hat und da kommen wir zu meiner vorletzten frage an dich mal lieber die iso coins so nennen wir ja unsere unsere altcoins die im bereich oder iso 200 22 konform sind dazu 10 ihr seht schon hinten an der wand xrp xdc stella dazu sind aber auch algorand quant oder viele weitere projekte wie stehst du zu diesen iso coins und welche von denen favorisierst du also ich meine es sind ja einige gibt es da von dir klare favoriten oder bist du überall gleichermaßen von überzeugt oder nicht überzeugt wie stehst du dazu also ja meine drei größten positionen sind xrp stella und xdc daher ja das sind so meine drei und ja das ist auf jeden fall sehr bullisch dass das dass diese drei kryptowährungen die diesen neuen messaging standard erfüllen und dadurch dann auch irgendwann in diesen in diesen neuen standard implementiert werden können also dieses zahlungssystem und es soll ja bis 20 25 vollends dann eingeführt werden also so also einige machen es bereits und dann wird stück für stück genau genau abwicklein immer mehr implementiert genau ganz genau richtig ist auf jeden fall eine bullische sache für für xrp xdc und die ganzen iso coins und wie steht also wenn ich da noch mal konkret werden darf hast du eine meinung zu algorand also das ist ja ein projekt das doch sehr stark gedroppt ist von über der glaube ich runter auf unter zehn cent hast du da irgendeine meinung zu irgendwelche infos ehrlich gesagt nein das habe ich auch völlig aus dem fokus verloren also ich habe da welche im portfolio rumliegen da bin ich auch ich glaube mittlerweile sehr starke minus aber aber ja die lasse ich die lasse ich einfach liegen und und ja warte einfach ab was passieren wird ja dann noch mal kleiner wink von mir freunde schaut euch auf jeden fall algorand an wir können gerne in zukunft auch mal darüber sprechen finde ich bin sehr sehr spannendes thema ja ansonsten gibt es gar nichts zu diskutieren ja also ich bin überall deiner meinung bei den investments gut ich würde wahrscheinlich jetzt wenn ich es mir ausruhen dürfte nicht so stark nur auf zwei projekte aufteilen da wird es ein bisschen mehr streuen aber an sich auf jeden fall durchaus berechtigte gründe warum du diese projekte gewählt hast und jetzt würde natürlich den zuschauer der dich heute das erste mal sieht ja der wird natürlich jetzt fragen okay was erwartet mich denn auf seinem kanal jetzt habe ich schon gehört es gibt ein crypto portfolio es gibt unzählige gute infos zum thema ripple und xrp was erwartet meine zuschauer wenn sie jetzt gleich im anschluss an dieses video hier unten auf abonnieren bei dir klicken und deinem kanal folgen ja regelmäßige updates zum thema xrp und xdc was noch also ich versuche mich da auch ein bisschen breiter jetzt aufzustellen die themen angeht tau wird auf jeden fall jetzt verstärkt mit mit eingebunden in meinen content und bin ich gespannt vielleicht mal so genau was so grob mal erklärt was es ist und würde mich auf jeden Fall super interessieren ja also da bin ich wirklich sehr gehypt drauf oder da habe ich im prinzip dieses dieselbe fomo gefühl das ich damals bei xrp hatte und ich muss mich da ehrlich gesagt auch immer wieder so ein bisschen bremsen weil ich so so diesen nüchternen blick verliere merke ich langsam was das projekt angeht aber ja also das werde ich auf jeden fall stärker stärker einbauen und mich auch immer wieder mal dazu zwingen über den tellerrand hinaus zu schauen damit es nicht immer nur um das thema xrp geht ja mein lieber damit sind wir schon am ende der heutigen runde ich war ihm jetzt unheimlich viel spaß gebracht ich habe das gefühl dir auch vielleicht gibt es ja eine runde zwei schreibt mir mal gerne in die kommentare freunde habt ihr bock habt auf eine zweite runde dann lade ich natürlich sehr sehr gerne ein und wenn es seine zeit erlaubt sehen wir uns vielleicht wieder eine letzte frage hatte noch ein zuschauer und zwar der marco wobei die hattest du im intro eigentlich schon beantwortet und da wollte der marco ganz gern wissen was du eigentlich so beruflich machst ob du das jetzt hauptberuflich machst oder ob du da nebenbei noch was anderes machst kannst du vielleicht noch mal kurz erörtern damit marco noch mal seine finale antwort bekommt ja also ich war bin ausgebildeter speditionskaufmann das habe ich viele jahre lang gemacht im dienstleistungssektor danach irgendwann mal bin ich in die industrie gegangen also in die automobilindustrie habe dort als logistiker gearbeitet und ja bin dann wie gesagt in die glückliche lage gekommen irgendwann mal den job hinzuschmeißen und und mich vollzeit auf auf krypto und youtube zu konzentrieren und ja cool und ich denke mal das ist doch ein ideales schlusswort für das heutige interview für unseren heutigen talk ja ich hoffe darauf dass ihr genauso wie metamatic zeitner die möglichkeit habt euch zu entfalten eure wünschen oder euren wünschen freien lauf zu lassen und dass der kommende crypto bull run mal so richtig geil läuft und ihr richtig richtig gute entscheidungen trefft hoffentlich gute profite macht ja mein lieber ich will dir natürlich das letzte wort geben ich verabschiede mich schon mal von euch wünsche euch auf jeden fall einen wundervollen tag und die letzten worte gehören dir mein lieber ich habe ehrlich gesagt nichts vorbereitet bleibt geduldig was den nächsten bull run angeht auch wenn er jetzt sich verspäten sollte bleibt einfach geduldig seht das ganze spiel langfristig dann wird es auch irgendwann mal mit den finanzen klappen so wie wir uns das vorstellen vielen vielen dank das war metamatic liebe freunde ich wünsche euch einen wundervollen tag bleibt mir gesund bis bald ciao wundervollen